Mehrhaber, Freunde, und hier ist wieder PanicFly mit seinen kleinen, äh, afghanesenfreunden, die ihm gerne den Arsch abwischen. So. Ähm, auch kurz gesagt, Luis und Sam. So, und, ähm, wir machen heute ein Live-Commitory-Sprengkommando. Sag dir mal was, ihr kleinen... Hör, ich hab's gerade gesagt, das geht. Kannst du dich mal beruhigen, Mann? Alter, Luis, du bist schon wieder, um, 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 ragen, Mann. Allah, control my raging. Oh, halt, die Schnauz, ihr behinderten Afghanesen, Mann. Ach komm, ey, der wird gleich mal gemeldet. Cheater hier, komm. Wer denn? Äh, Jerem, du, 5,9 PS. Ey, Jerem, Mann. Jerem, Alter, wenn du mir noch einmal blödkommst, ich werd dich so derbe... Ey, ey, guck mal bitte seinen Clantitel an. Dis is gay. Ja, eigentlich so ist das... Ey, aber, äh, also nicht getraut, gay. Schweißt du Spaß, Mann, Mann. Ganz ruhig, ruhig, ey. Junge, schluck mal deine Pillen, ey. Ey, du bist so ein mieser Mistkind, Mann. Ey, Anna nicht mehr, Baba nicht mehr, ich kiss nicht mehr. Ja, Alter, das klingt so erbärmlich bei dir. Mhm, danke gleichfalls. Alter, okay, und Leute, wir haben grad gefailt, weil, wisst ihr, wir machen so ein Live-Kommentary. Richtig geiler Score, wirklich. Okay, was ist das richtig geiler Score? Irgendwas mit 54 zu, keine Ahnung, 25 oder so. Und, ja, ne, Ton nicht aufgenommen. Aber das werd ich jetzt wahrscheinlich so im Nachhinein trotzdem hochladen. Und ich werd dann einfach irgendeine, irgendeine so tun, wie jetzt hätte ich gerade live kommentiert, so. Oh mein Gott, und, oh, ich hab ihn getötet. Yeah, Explosion, und was weiß ich. Und, ja, ich nehm mein MP5-Set. Was nehmt ihr so, Mädels? Äh, beziehungsweise, Hirte, hirte aka Sam und Abanikne aka Luis. ACR. Die ACR-Standard-Schalldämpfer, Tarnung bin ich mir jetzt nicht genau sicher, ich glaub, es ist die Feldtarnung. Das ist die Abanikne, Tarnung. Ach, ach, ganz hart, mein Freund, ganz hart. Hirte, was hast du für eine Klasse, bitte? Hirte, jetzt red mal mit uns, ganz ehrlich. Ja, es ist ja, ich will. Deine Ziegen kannst du später auch melken, ja? Nein, das war erst die nicht da melken, aber das nicht. Keine Sorge, Leute, wir sind die keine gewöhnlichen, sind natürlich mongolische Backteam. Die mongolische Backteam, ein spezieller Backteam. Ja, da wollte ich ihn grad töten, der kommt jetzt ein afghanesischer Zwerg zu mir und manche einen auf Abanikne, Mananikne zu machen zu machen. Bei mir klingt's abänlich und du, Akula, kannst es nicht. Ja, ist doch immerhin was. Boah, hab ich grad noch so bekommen, den Jerem, Jerem, du. Den kleinen Almanjib, Alter. Ich bin Tony D. von der Sekte, der einzige Rapper, der checkte, dass du ein Spaß bist. Alter, 4 zu 3, Mann, ich fang schon wieder so schlecht an, ey, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Geht gar nicht, geht gar nicht. Jetzt können sie von hinten wahrscheinlich alle wieder. War klar. So, äh, Cheater, ey. Hey, Leute, 2, dann bekomme ich die Reaper. Und der wieder mal abcheaten. Die Reaper. Erzähl keinen Scheiß, du Almanjib, Mann. Oh, und Jerem, Alter, du hässliche Botze, Mann, als ob der weiß, dass ich da bin. Ach ja, ey, Jungs, bevor ich's mal wieder vergesse, ich grüße natürlich ganzheitlich den Jannik vom Gymnasium. Und Jannik sagst dir auch gerne nochmal. Wenn du morgen nicht vor deiner Tür die Unterhose rauswirfst, dann kommt ihr rein und holen. Ach komm, I4 Reaper, du kleine afghanesische Kriegsgefangene, Mann. Oh, und jetzt kommen sie von beiden Seiten, gell, die kleinen Pussis. Hauptsache zu 10 kommen. Piss dich, du derbe afghanischer Kriegskäse, Mann. Richtig, der Hatch bekommen, alle. Aber richtig direkt ins Gesicht, Mann. Ja, man misst, Kind, Mann. Und Leute, ja, wir können deutsche Sprache. Oh, und jetzt wollte ich da schauen, ob der Gegner kommt und dann wäre die da gespawnt, oder was? So, ne, Mensch. Ey, ich schwör, du afghanesisch, Kind, ich kenne dich fertig. Meint er hier, dass er hier sich profilieren könnte, oder was, du kleiner Mongo, Mann. Oh, ja, natürlich, Furious, Furious, Kind, ganz, 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 und ich höre mich wieder doppelt los. Und jetzt ist es wieder weg. Es ist so klar, Mann. Boah, Alter, will der mich eigentlich verarschen? Wer kämpft da in der Ecke? Und jetzt wegen dem habe ich ein 8 zu 8. So ein afghanesischer... Gerade noch so eine Zweierquote, Mann. Weißt du, jetzt ist er wieder weg, gell? Natürlich. Pass auf, hier ist eine Fake-Kiste, ja? Du, jetzt wollen wir die zünden. Oh, ja, warte, ich komm. Nein. Was, Mann, ey, ich zünde die 100 pro, Mann. Wett, würdest du zu einer ver... Nein, für Reaper. Wett, oh, ja, Mann. Ja, sie ist noch da. Ja, ich habe ja schon gezündet. Ein Kampfgruppe, aber... Hm, der nehme ich doch mal, ne? Oh, wie, wie, was die in der Orsonscheid? Ein Kampfgruppe, was sie echt gezündet? Ja, ja, noch. Echt jetzt. Ja. Du bist so ein afghanesischer Dreckskindmann. Ey, ich, ich sperrere mich nicht aus Spaß und nicht auch. Oh, so eine Freitige. Ich sperrere mich schon. Rein noch zum Gegner, du Spaß, ich habe dir doch so schöne Kletten gegeben. Ich sperr' mich jetzt nicht. Ey, jo. Ey, wenn der noch einmal so provisiert, dann gebe ich ihm so ein derben Mistkind, Almanjib. Du hast Cake vergessen, du gibst dir ein Mistkind, Almanjib, Cake. Ey, Armani, ne, ne. Nochmal. Sag du nochmal. Ach so, Armani, ne, Babanik, ne, ich küsse nis Keren. Armani, ne, Babanik, ne, ich küsse nis Keren. Sehr schön. Ich bin Tony D. von der Sekte, der einzige Rapper, der checkte. Dass du einsch was bist. Boah, lass mich durch. Boah, Jerem, alter, du hässliche, mongolische Bergziege, mein. Ey, Tone. Natürlich gilt der, woher so nicht wieder zwei Vorliefer. Darf man sich ausdrücken, wo wir auf YouTube bringen, man? Klar, man muss das tun, man. Entschuldigung. Nächste, wir sind hier drei, drittes Jahrhundert, oder was, man? Nein, aber Mittelalter. Ja, sind wir auch. Oh, komm mal, da, look behind Zero, man, du behinderter mongolischer Affenkönig, man. Boah, warst du gleich ein König? Ja, man. Niko, ich... Äh, Hakuna... Ey, alter. Hakuna, ich glaube, du trittst da etwas von der Realität weg. Oh, laber doch nicht, du behinderter... Boah, man! Ganz ehrlich, der macht mich so aggressiv. Dieser Kerl da. Ja, hab ich ihn in den dummen Drecksack, man. Hey, er war nicht... Weißt du, und jetzt bin ich wieder scheiße, natürlich. Natürlich bin ich jetzt wieder kacke. Hm, ich bin nicht scheiße. Davor so eine geile KD. Und nein, ich nehme jetzt von dich auf. Ich bin ein geiles Skype-Programm. Und du bist im letzten Abschluss. Ja, Standard hier, ey. Schön am... Ey, du bist... Du bist so ein mieser Dreckskind, man. Sheep has. Sheep has. Also... Damit meinte ich Spaß, und nicht irgendein Französisches, was wir hier kriegen. Was für Spaß, weil das heißen? Oh, Spaß. Das ist ein dumm, Mann. Ich weiß, ich spreche kein schwarz-hösisch, Alter. Schwarz-hösisch? Was? Was für ein Ding? Mal wieder die Logik, die mich auch prägt, Alter. Komm, dann holen wir uns jetzt mal einen afghanesischen Affenkönig. Alright. Kommt der echt so ein Endboss, der so ein König ist? So ein afghanesischer. Ich fähig sie. Die Leiche. Tag und Nacht. Ich schwör, es zick der Lander kommt jetzt einer, bin ich mir so sicher. Bin ich mir so sicher, wie Käth auf Brot. Er sei Schischko, Digga. Oh, Alter. Was ein Almanjib, Mann. Macht der einfach eine Stealth-Romber da hin. So ein Mistkind. Ey, soll ich entschärfen? Ja, warum nicht? Fuck, Alter, der Wichser. Hat er oben gekämpft schon wieder, Mann? Oh, mein afghanesischer Mistkind, ey. Fuck. Oh, natürlich muss sich der Kerl mir einen Weg stellen, du dumme... Boah. Ich hasse Teammates in den MB3. Man liefst nicht eine kämpfen. So 300-mäßig. Ey, was ist das denn gerade für ein Scheiß-Spielfehler, Mann? Oh! 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 Mit 2 geschrieben, Knecht! Kommt eine 4 rein und keine 2! Oh, Alter, ganz ehrlich. Ey, es spielt Glück, dass gerade... Schmerz kommt, glaube ich, von der Döhre um. Als es Mitternacht ist, ey, sonst würde ich jetzt hier rumbrüllen. Zwar nicht so wie Allertrix, aber... Weißt du, der meint hier so, Matrix-mäßig machen zu müssen. Oh! Oh, natürlich, da sind 20 Leute, Mann, 20! Obwohl zwar nur 6 in Gegner-Team sind, aber egal. Oh! It's like a boss! Ey, du Wichser, Mann, du hättest mir wenigstens auch mal einen lassen können. Okay, ich hab einen bekommen. Du Mistkind, Mann. Ey, der weiß der, der hat mich gerochen, Mann! Riech ich jetzt schon so wie Christina, dass man sich, dass man mich durch das Spiel riecht, oder was? Wenn du wie Christina riecht, dann riecht dir wie ein Stück Scheiße. Ne, sogar noch schlimmer. Zehn Stück Scheiße. Ja, Mann! Ja, kommt Frau. Oh! Da, gut. Ja, man! Predator! Ja, anders geht's. Nein! Oh! 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 klar wochen angemeldet heute ist macht es heute morgen ich könnte mir so ausrasten hier hey was wetten den vierfachen jetzt bekommen der wixer wegen dem scheiß fast gestorben ich habe gar nicht die genommen der ump genommen sie so eine ump aus oder war es man nicht klar ja hier hässlichen mongolischen berg ziehen man was ich bin durch die kiste gestorben weil ich gerade eine neue waffe ausgewählt hat ey ohne scheiß man das commentary ist doch für den arsch youtube mann ja nur für der hat er berechtigt drin gesichtsgrätsche mann gesichts günther gesichtsgrätsche 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 du hast irgendwas vor kurzem auch mal zu mir gesagt so ja doch oder war es sogar gesichtsgrätsche 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 oder meinst du gerne tschernobyl kakalake nee ja du behinderter afghaniker ja ich klar das ist das spiel ist geboren für die am angeblich aber für die bergte jahr hat auch nicht dauernd dieser ultimate der nicht sich mit der zweiter drin nennt man nicht der Zornitz kann sich dort in den Scheiß sollen mit Achtung stehen Boah Alte ihr seit Ort wäre die Alte die Bildung behindertes Drecks hier ist man und du erhebten aus Weltfeuern Tätig zuhause und Luftschirm schweiz 6 26 ja natürlich was schluckt er dann alles wer seine Mutter da vor Ort ab hier ist ein guter hat Schäfte zu gefällt jedoch treibt von mir du hässlicher mit einer Jahr und jetzt der Hilderung mehr kennen die ich mein Kollege er hätte schon 1 mit dem Boden der Part Kartenboden aber die Probe von die Pro ja da da kennt er mit Taktik einstieg ich glaube so doch so lange nicht dass die Menschen die behindertsten Kreaturen der Welt sind vor allem das gehört zu dem Top 10 man das ist ein Missgewirr ich liebe Probeln alter die haben Props das hätte so ein schöner Krippel werden können das hätte so ein schöner Krippel werden können äh Kuna hast du jetzt MP5 Set oder was? ne ACR du Nude man eine Schaft Niemals nooo so ein Mistkind so ein dummer Mistkind man die Zolle von hinten die Zolle von hinten die Zolle von hinten so eine Chance oh du bist immer dieser Kackmongu alter verpist dich du Blütenfuck ja klar durchs Dach wurde ich gekillt er heftliche Fresse dem genauso Mann und dem auch der hatte Taktik einstieg wie das letzte Konstrukte also das schlechteste Spiel was seit langem hatte ey wo er chill wo er chill das nicht mehr normal man ist das auch dritte bitte ja fripp oh alter nehmann 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 da an 13 1 13 Uhr schau dir an den Mongoman erstmal schön daneben amen oh mein gott der ist so ein dummer kind immer nur mit seiner mp5 umgelaufen im kotzen kacken gleichzeitig naja das war's mit dem heutigen commentary und jetzt kommen wir zum wetter mit luis heute wird es sehr geruchswidrig und ja dann sehen wir uns